So! Grüezi miteinander! Das ist also unser Livestream, der zweite, glaube ich, so ein Q&A, den wir machen. Oh, ich habe nicht aufgegriffen. Warte, ich komme so einerseits. Ah, nein, dann sieht man das andere nicht. Ja, ja, ist ja gleich. Also ihr seht, ich bin total gut eingerichtet. Zuerst mal schön, dass ihr zuschaut heute Abend. Ich freue mich natürlich, mit euch zu sein und vor allem, dass ihr auch mit mir seid, heute, weil es ist ja eine schwierige Mäntik. Wir haben heute keine Bachelorette. Ja, Pfingstpause, keine Ahnung, was es soll. Aber ich habe gefunden, es ist ja mal eine gute Gelegenheit, können wir uns mal wieder ein bisschen länger unterhalten. Und ich weiss nicht, wieso ich gerade so vor so einem Live-Video. Ich bin dann immer so ein bisschen nervös. Es ist so ein bisschen ein Kribbeln, ein gutes Gefühl. Ich weiss nicht, vielleicht kann das so einen richtig grossen Poeten ein bisschen besser beschreiben. Lange und bau sich die Gefühle auf. Ich spiele schon etwas da im Bauch, als hätte ich Corona getrunken. Ja, ich weiss auch nicht, was du sonst gehst. Aber Prost auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut. Anthony hat gesagt, er schicke hier zu diesen Live-Videos noch schnell ein, zwei Botschaften. Dann habe ich gesagt, gut, dann darfst du dafür auch die erste Frage haben. Und Anthony, was ist deine Frage? Hallo Büssi. Wie fühlst du dich eigentlich am Dienstagmorgen, wenn du weisst, dass die ganze Schweiz auf dein Best-of-Video wartet? Ja, das ist natürlich eine unglaubliche Ehre. Also das ist jetzt wirklich, das klingt natürlich so voll nach Plattitüde, aber es ist unglaublich. Zum einen klingt jetzt vielleicht blöd, ein bisschen ein Druck. Ja, weil ich weiss immer, hey, am Schluss des Tages sind knapp eine halbe Million Zuschauer, was eine Traumquote ist für ein YouTube- und Facebook-Format, wo immer wirklich am Dienstag, am 11 Uhr auf das wartet. Und ich weiss es auch, wir werden ja regelmässig auch immer wieder Bilder geschickt, wie zum Beispiel das hier, wo Leute sagen, hey, schau, wir haben im Fall, ich nehme euch das hier oben schneller weg, dann seht ihr es ein bisschen besser. Wir haben im Fall bei uns im Büro, hoppla, das hätte jetzt nicht weg sollen, so ist richtig. Kleiner Bug, schön. Wir haben bei uns im Büro, haben wir das eingerichtet, dass jeweils am 11 Uhr sich alle treffen, oder eben, es gibt auch Schulklassen, wo wirklich irgendwie am 11 Uhr der Lehrer sagt, so, jetzt sitzen wir her und jetzt schauen wir alle gemeinsam das Best-of vom Büssi. Und ich hätte ja nie in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwann nochmal Schulstoff werde. Und von dem her muss ich wirklich sagen, ja, danke tausendtausendmal euch allen, die das möglich machen, Woche für Woche irgendwie so ein riesiges Ding aus dem zu machen, was eigentlich ja ein völliger Spass ist und eigentlich auch nie wirklich ernst gemeint war und jetzt ist es ein riesiges Ding daraus entstanden. Und ich habe unheimlich Freude an dem und logischerweise sind viele von den Fragen, die ich vorhin habe, auch haben können einreichen, zu diesem Thema kommen. Also, wir gehen mal ein paar durch. Ich nehme nachher auch noch ein paar Live-Fragen für die, die im Vorfeld die nicht haben können. Die Frage hier vom Luca. Warum musst du aufhören mit den Best-of? Das ist schon mal die erste Formulierung, wo ich ein bisschen korrigieren muss. Ich muss ja nicht aufhören. Ich habe nicht mit dem anfangen, ich muss auch nicht damit aufhören. Sondern ich habe gefunden, ich habe jetzt irgendwie diese Typen genug oft gesehen. Und seien wir mal ehrlich, in dieser Staffel bin ich ja komplett überflüssig, oder? Ich meine, die Jungs machen das ja von alleine. Es braucht mich gar nicht mehr. Früher musste ich mir noch Mühe geben, im Zusammenschnitt noch etwas Lustiges draus zu machen. Heute kann ich einfach die Sendung nehmen, ein paar Cuts vorne und hinten machen. Und das ist schon fast genug lustig, ja. Und darum habe ich gefunden, ja, ist dann, glaube ich, irgendwann einmal, bevor man so unoriginell wird wie das Original, vielleicht besser, um dann einmal aufhören, jetzt Best-of-Bachelorette, der Final-Season. Haben wir mal angekündigt, so. Und dann kommt natürlich, äh, warte, ich glaube noch ist schon unten dran etwas. Ah ja, liebe Grüße natürlich an Krienzer-Fans. Stell dir vor, ich hätte Krienzer-Fans vergessen. Dann, ähm, das ist die dümmste Frage, die man mir, glaube ich, stellen sich und trotzdem jedes Mal zuverlässig in Frage und Antwort wieder. Würdest du auch mal bei Bachelorette mitmachen? Eine kleine Frage, äh, MBZH, übrigens schönes Auto. Hast du die Best-ofs geschaut? Falls ja. Ich glaube, die Frage hat sich herübergelegt, oder? Also, jeder, der gerade mal gesehen hat, wie ich über das Format rede, der fragt sich ja nicht ernsthaft, ob ich dort würde mitmachen. Auch wenn ich natürlich meinen grossen Spass habe, ähm, und vielleicht sogar lukativ werde, das ist die nächste Frage. Wie viel Kohle hätte David für seine Auftritte bekommen? So einen arroganten, egomanischen Prolet gibt's hoffentlich nicht in der realen Welt, hofft Florence. Ähm, da muss ich dich doppelt enttäuschen. Erstens, er hat praktisch kein Geld bekommen. Und, äh, in der realen Welt gibt's die selbstverständlich auch. Ja, die sind nicht gepflanzt worden für das Format, die hat's schon immer gegeben. Die werden regelmässig immer wieder von Frauen belohnt, darum machen wir's weiter. Aber, äh, es ist tatsächlich so, dass man auch als Bachelorette-Kandidat nicht wahnsinnig viel Kohlen bekommt. Äh, ich habe nicht zuverlässige Quellen, aber ich habe schon die Zahlen gehört. Und ich kann euch sagen, also die anderthalb Millionen, die David Evo, glaube ich, jeder Kommentar einzeln durchlässt, und gerne darauf antwortet, weder auch die anderen, die die Aufmerksamkeit bekommt. Die 1,5 Millionen sind natürlich massiv zu weit, so viel kostet nicht mal die ganze Produktion zusammen. Also, äh, soviel einfach mal zu dem Thema. Dann, was haben wir noch Schönes bekommen? Frage 1. Wenn geistige, temporäre Demenz und Dummheit von diesen männlichen Teilnehmern klöpfen würde, was denkst du, wie lange das Feuerwerk würde gehen? Äh, ich habe keine Antwort darauf, habe ich aber einfach eine lustige Frage gefunden. Ist wenigstens mal kreativ. Oftmals werden ja die Kandidaten, äh, bei mir auch auf dem Kanal, äh, von euch, ja, sage ich jetzt nicht gerade beleidigt, aber doch auch ein wenig härter angegangen. Und wenn es wirklich so unter die Gürtellinie ist, lösche ich das auch immer, weil ich finde, hey, wir können alle zusammen den Spass haben und so, aber Leute beleidigen, also das muss dann schon nicht sein, oder? Ich finde so, in dem Rahmen, wo ich das mache, weiss ich könnte es damit umgehen, und ist das ja auch okay, da können wir alle ein wenig miteinander überlachen. Ja, aber man muss ja nachher nicht eben unter die Gürtellinie. Wenn es jetzt aber so etwas Kreatives ist, wie das dann da, finde ich, kann man da durchaus auch einmal, ähm, ein bisschen etwas drin lassen. Dann Frage 2, weil gerade noch ohne dran ist. Wären all die Sorgen und Probleme nicht gelöst, wenn man den Bachelor mit der Bachelorette verkuppeln würde? Ja, das stimmt. Das wäre natürlich gelöst. Wäre aber für uns alle nicht mehr so unterhaltsam. Ist, glaube ich, auch eine Frage, die, äh, die Schweizer Christen, äh, schon mal gepostet hat, auf, äh, Instagram. Dann, äh, Guiludur, was sind deine weiteren Pläne nach den Best-ofs, und was wird aus meinem YouTube-Kanal? Ja, den machen wir natürlich zu, verbrennen, beerdigen, etc., und der ist nachher nie mehr verfügbar. Nein. Äh, es werden ganz viele neue Formate kommen. Ich weiss, ich köne jetzt wie ein Ex-Miss, der sagt, ich habe ganz viele neue Projekte, und ich darf noch nicht darüber reden, aber es ist wirklich so, ich mache mir immer wieder Gedanken über Videos. Ich habe bis jetzt wirklich keine Zeit gehabt, weil so ein Best-of-Bachelorette, äh, oder Best-of-Bachelors kostet mich zwischen 8 und 9 Stunden Arbeit. Da machst du dann nicht nochmal 5 andere Videos pro Woche. Aber, äh, wie ihr wisst, schaffe ich bei einem Unternehmen, der gerne Fernsehsachen produziert, wo wir auch Videosachen produzieren, wo sicher künftig ein paar mehr werden kommen, und, äh, ich habe sonst noch einen neuen Partner am Start, der auch gerne Videos produziert. Äh, ich habe meine Freundin, die fantastische Sachen produziert, wo wir, äh, sicher auch zusammen mal ab und zu etwas machen werden. Machen euch keine Sorgen, es kommt noch genug. Ähm, und ich werde auch in Zukunft, das kann ich auch schon sagen, also, klar habe ich gesagt, äh, ich höre jetzt auf mit Best-of-Bachelorette. Es heisst ja nicht, dass ich nie mehr irgendeine Sequenz aus meiner Bachelor-Sendung kommentieren werde. Aber einfach so die Best-ofs in dieser Form, wie wir sie jetzt hier bei der Bachelor-Bachelorette das mache ich jetzt so. Wahrscheinlich nicht mehr, weil es einfach zu viel Arbeit ist. Aber eben, mal sehen, was dann da alles noch kommt. Dann, äh, David schreibt, gibt's nach dem Best-of noch ein neues Format und wieso hörst du damit auf? Den ersten habe ich jetzt gerade beantwortet. Ähm, wieso ich damit aufhöre, habe ich eigentlich auch schon mal ansatzweise, äh, ja, versucht, euch ein bisschen näher zu legen. Ja, weil ich einfach finde, die Sendung wiederholt sich, oder sie gehen jeden zweiten Sendung irgendwie auf ein Party-Board, und nachher machen sie dort wieder ein Grot-Kadre. Ich finde es langsam nicht mehr sehr originell. Und, äh, ich habe gefunden, bevor ich selber auch nicht mehr originell bin mit den Best-ofs, ich weiss ja auch nicht mehr was anzuschneiden, äh, höre ich dann lieber auf, äh, bevor dann nachher die Leute von mir auch sagen, äh, der ist auch nicht mehr originell genau wie die Sendung, habe ich gefunden, komm, dann, äh, höre ich einmal auf. Äh, ich habe aber, und das eben vorneweg nochmal, jetzt noch ein kleines, äh, Special für euch zusammengeschnitten, weil es heute keine Bachelor-Bachelorette-Sendung gibt, habe ich einfach Material genommen, das ich bis jetzt für das Best-of noch nie gebraucht habe. Und habe aus dem eine neue Sendung zusammengeschnitten. Und das zeige ich euch, äh, nachher gerade. Vorher möchte ich auch noch schnell 1-2 Fragen nehmen, die reinkommen sind, äh, nicht zum Thema Bachelorette, äh, Radio natürlich immer wieder ein Thema. Der Sascha Wanner schreibt zum Beispiel, wie bist du eigentlich zum Radio gekommen? Sascha, das weisst du, mit dem Bus. Ja. Das ist die Standardantwort auf diese Frage. Ähm, der Sascha und ich haben zusammen Internetradio gemacht, äh, seit wir 16 sind, das ist jetzt, äh, mehr als die Hälfte von meinem Leben. Und er fragt, hast du immer noch Muscle-Shirts an? Da muss ich natürlich schnell das herrliche Bild von Sascha Wanner und mir einblenden. Das sind wir mit 16, die wir noch Internetradio gemacht haben. Ist es nicht, äh, 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 das habe ich herzlich gesagt, aber merkt, dass eigentlich ein hässliches richtiger Wort wäre. Wir haben mittlerweile, glaube ich, beide mehr oder weniger einen besseren, äh, 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 nur mehr oder weniger. Äh, der Sascha Wanner, äh, äh, der, äh, äh, mein Nachfolger, sozusagen, äh, äh, ist bei NRG, äh, äh, wo täglich NRG Downtown macht, vom 3 bis am 8 Uhr, darf ihr gerne mal reinhören. Äh, tolle Nachmittagssendung auf NRG Zürich, wo ihr immer dann hört, wenn ihr selbstverständlich vorhin bei uns am Mittag bei SRF 3 gelost habt. Aber ja, weiterhin alles Gute, mein lieber Freund. Dann, äh, weiter, Dario, der hat auch eine Frage gehabt, wie bist du eigentlich draufgekommen, bei SRF zu arbeiten? Naja, das ist ja so. Äh, man kommt nicht einfach drauf, ich will jetzt beim SRF arbeiten, ja. Da sind vielleicht noch ein paar draufgekommen, aber die haben mich tatsächlich gefragt, ja. Und äh, damals, als sie mich gefragt haben, bin ich gerade acht Jahre schon bei NRG und habe gefunden, hey, mal etwas Neues. SRF ist national, was für mich natürlich mega lässig ist, weil ich weiss eben auch durch meine Videos. Viele Leute sind jetzt nicht einfach in der Stadt Zürich zuhause und äh, freuen sich, wenn ich auch mal einen Torgauer-Witz mache oder so. Und das geht natürlich nur, wenn du auch auf einem Sender bist, der nationale Ausstrahlung hat. Und das hat SRF 3. Und, äh, ja, dort bin ich jetzt, dann bald ein Jahr. Und, äh, ja, bin mega happy. Und, und könnte glücklicher nicht dort sein, was nicht heisst, dass Sandra schlecht war, sondern nach acht Jahren, das wird euch dann auch mal so gehen, wenn er irgendwie eine längere Zeit im gleichen Geschäft geschafft hat, möchte man mal etwas Neues und so. No bad feelings, alles gut. Und ich freue mich, dort noch viele Sachen zu machen. Und da schliesst auch gerade die Frage von David an. Wie findest du das SRF 3-Team? Da kann ich wirklich nur lobende Worte von mir geben. Die haben mich unheimlich herzlich dort aufgenommen. Ich fühle mich wahnsinnig wohl dort. Ich habe auch nicht gewusst, wie das ist, oder? Du kommst so von den Privaten und, ja, bist du dort so in einem Team hinein, das seit Jahren funktioniert. Ich habe mit Manuel Rotmund, einem fantastischen Produzent von meiner Sendung, der mittlerweile auch ein guter Freund geworden ist. André aus dem Team, wo wir viel zusammen unternehmen, zu dem ich, äh, ja, sehr dankbar bin, dass sie nicht nur meine Arbeitskollegen, sondern mittlerweile auch ein Teil von meinem Leben sind. Und, äh, ich glaube und hoffe, man gehört uns auch an täglich auf dem Sender, dass wir es gut haben miteinander und dass wir ein Produkt machen, wo wir zusammen auch wahnsinnig, äh, gern selber hören würden. Dann, Frage vom Andrin. Äh, hast du ein Haustier? Habe ich nicht. Äh, ich ruhe nicht besonders gut auf. Das heisst, wenn der Kühlschrank so 3-4 Wochen nicht aufgeräumt wird, hat es manchmal Tier drin. Ich weiss nicht, ob die offiziell als Haustier gelten. Aber es ist jetzt auch genug eklig, dass wir weitermachen. Was hast du am besten gefunden in London? In London habe ich ganz vieles ganz gut gefunden. Es ist die Lieblingsstadt meiner Freundin, von dem her, ist das natürlich eine Reise, die wir nicht zum ersten Mal gemacht haben. Es ist eine faszinierende Stadt. Wir sind ja gerade jetzt übers Wochenende gewesen, wo leider auch die Terroranschläge wieder gewesen sind. Und da hat mich eigentlich am meisten fasziniert, dass die Stadt einfach weitergemacht hat, wie wenn nichts wäre. Und ich finde, das ist ein unglaublich guter Weg, mit so etwas umzugehen. Das muss man ja irgendwie auch zuerst mal verdauen. Ich weiss nicht, wir wären wahrscheinlich in einem Schockzustand, wenn das irgendwie zweimal innerhalb einer Woche gut zu solchen Sachen kommt. Ich finde, die haben einen wahnsinnig guten Weg gefunden. Und auch wenn er irgendwie in den Medien gelesen hat, von wegen, die Leute seien verängstigend in London und alles Entschuldigung und Bullshit, die man hätte lesen können, stimmt überhaupt nicht. Es war eine unglaublich schöne Stimmung dort. Klar, man hat sich jetzt auch ab und zu mal Gedanken gemacht, aber die Leute dort, ja, haben das wirklich auf der Britisch coole Art und Weise genommen. Ich habe ja den Typ gesehen, der mit seinem Bier einfach weitergelaufen ist nach dem Anschlag. Ja, es ist natürlich, nicht jeder kann das so cool nehmen, aber wenn man es kann, dann ist es sicher ein guter Weg, um das zu machen. Joel! Findest du es cool, dass du auf der Strasse angesprochen wirst? Ja, natürlich. Also ich habe immer Freude, wenn ihr zu mir kommt und nett gefragt. Ich habe, glaube ich, noch nie zu einem Selfie oder so gesagt. Ich finde das eine unglaublich schöne Bestätigung für das, was ich mache. Die Leute haben Freude, sie sagen, hey, mega cool, deine Videos und so. Oder ich losse dich viel im Radio und das ist natürlich mega schön. Was ich nicht so gerne habe, ist, wenn Leute sich nicht getrauen, einem anzusprechen. Also nicht, dass ich erwarte, dass jeder gerade auf mich zukommt, aber wir hatten auch schon die Situation mit einem Flughafen bis zum Zweiten, irgendwie, wir sind mega kaputt gewesen, sitzen dort wie die letzten Penner und merken so, wie einfach drei Girls irgendwie durchlaufen und immer so mit dem Handy versteckt filmen, aber so, dass du es dann gleich merkst. Dann finde ich einfach, hey, kommen wir doch hin, wir kommen miteinander zu sprechen, alles gut, aber so heimlich aufnehmen oder irgendwie so von weitem dann, äh, ein bisschen, ja, ich weiss nicht, was die Leute dann das Gefühl haben, was passiert, oder? Aber wir waren jetzt auch gerade in London, im Restaurant gewesen, und dann sind ein paar nette, junge Damen gekommen, die ihre Reistetanen gemacht haben, und haben noch gefragt, ob sie ein Foto machen und so, haben wir gerne gemacht, es ist auch wirklich mega lustig, wenn du im Ausland sogar angesprochen wirst, und ich freue mich immer sehr, wenn ich jemanden von euch treffe. die Alessandra fragt, äh, Lieblingsmusiker oder Musikerin, äh, habe ich ganz viele, die ich immer wieder gut finde, ich bin ja so eine totale Kommerzschlampe, ja, ich finde ja alles super, was irgendwie nach zweimal im Gehörgang drin bleibt, ich bin grosser Fan von Justin Timberlake, ihn würde ich sehr gerne mal treffen, ähm, ja, ich war auch schon bei Lieblings, wo es noch nicht cool war, muss man auch sagen, kann ich jetzt zu dieser Stelle mittlerweile auch öffentlich dazustehen, ähm, ich bin grosser Robby-Williams-Fan, das weiss man glaube auch, haben wir bei Swiss Music Awards ein lustiges Video mit ihm gemacht, und so, also es gibt ein paar, dann, äh, mein lieber Freund Heidgenoss, der fragt, wer Zürich die bessere Hauptstadt als Bern, das ist natürlich, äh, völlig kritzerische Frage, das wissen wir alle, ja, dann, äh, Kathleen McQueen, was würdest du jungen Ärzten auf ihren Werdegang mit auf den Weg geben, aus Sicht von einem Patienten, mit einer doch, äh, schwerwiegenden Erkrankung, müssen wir vorausschicken, für die, die das vielleicht nicht wissen, ich habe, äh, Lungenkrankheit, die nennt sich zystische Fibrose, zystische Fibrose, äh, ist etwas, wo man vielleicht, jetzt gerade kürzlich, um 20 Minuten, auch wieder etwas über, äh, junge Frau, die Arty, auf Instagram, so Videos macht, äh, wo sie sehr offen mit dem Thema umgeht, ähm, ähm, ich muss auch immer wieder in den Spital, ja, bin jetzt dann auch wieder zwei Wochen, wo, äh, aber geplant sind, wo ich einfach so eine Antibiotika-Kur mache, äh, wenn ihr Lust habt, informiert euch mal über zystische Fibrose, es ist eine Krankheit, wo irgendwann, die Lunge leider ganz wird, äh, kaputt gehen, also ich habe jetzt noch, irgendwie so ein Drittel von der Lunge, wo funktioniert, und, äh, ja, die Luft wird irgendwann weniger, und dann werde ich früher oder später leider auf eine Organspende, auf eine Organspende angewiesen sein, und da haben wir ja in unserem Land ein kleines Problem, und zwar sagen 80% die Befragungen, finde ich super, Organspende, ja, würde ich sofort machen, aber nachher vergessen sie es wieder nach der Umfrage, dass sie tatsächlich einen Organspendeausweis ausfüllen, und wenn ihr Zeit habt, dann geht doch mal ganz schnell auf swistransplant.ch, füllt euch so einen Organspendeausweis aus, weil ihr könnt mit dem unheimlich viel Leben retten, es sterben jede Woche zwei Menschen, weil wir einfach zu wenig Spendeorgane haben, und, äh, darum wäre das glaube ich wirklich wahnsinnig wichtig, dass ihr, falls ihr auch findet, Organspende ist etwas Gutes, ähm, so einen Organspendeausweis holt. Übrigens, wenn ihr findet, ihr wolltet das nicht, ist es genauso wichtig, dass ihr das allen, euren Liebsten sagt, dass die das nicht für euch dann entscheiden müsst. Also, ich weiss, es ist ja nicht ein angenehmes Thema, über den Tod zu reden, aber, macht das doch trotzdem mal so, mit eurer Liebsten, einfach mal sagen, damit ihr wenigstens wisst, was wäre euer letzter Wunsch gewesen. Ähm, kommen wir noch schnell zwei, drei, äh, Live-Fragen, für das muss ich jetzt den Bildschirm ganz schnell wechseln, nehmen euch da, ähm, schnell mit, auf, äh, den Facebook-Bildschirm, jetzt sehe ich da, also, was haben wir da? Äh, die Eli schenkt ihr massenhaft Rosen, was heisst denn das? Das heisst, dass sie, äh, gesehen hat, dass es unter ihren Männern nichts gescheites darunter hat. Dann, Joel, ähm, was haben wir da? Den Beno Anderic, kennt ihr vielleicht noch, der hat, äh, bei Liebesglück im Mossen mitgemacht, schreibt, äh, das mit dem Heimlich aufnehmen kann ich gut, mit dem Unterschied, er hat das sehr gerne, also, er will das auch unbedingt. ähm, ähm, äh, also, was haben wir da? Also, den Anthony sehe ich auch, kommentiert auch sehr viel, hä? Ähm, wo hast du die Bolstergruppe gekauft? Das weiss ich gar nicht mehr. Weiss ich eher noch gesagt wirklich nicht mehr. Ähm, was haben wir da? Was haben wir noch alles? Was haben wir noch? Also, es kommen irgendwie gerade so viele, ähm, äh, Dinge rein, dass ich nur schwer nahe komme und auch nicht weiss, ob die jetzt der Reihe nahe sind oder so. Ähm, ähm, der Anthony schreibt, ohne die Büsse wird 3 plus keine Views mehr haben. Ja, wobei sie haben ja jetzt dich. Also von dem her, alles gut, das wird auch, ähm, ähm, weiterhin funktionieren. Ähm, ähm, also kommt da, also ich lasse euch mal noch weiter kommentieren. Wie gesagt, ich versuche, immer mal wieder so etwas, äh, 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 hat es auch immer wieder Leute jetzt, die etwas zu den Organspenden wollen. Der Markus fragt, wann startet deine neue Tournee? Das ist natürlich eine wahnsinnig gute Frage. Äh, die neue Tournee, wo, äh, Masterarbeit wird heissen, wird ja auch nicht zuletzt sehr viel vom, äh, äh, vom Bachelor handeln, weil ich dort drinnen mal so etwas alles verarbeiten muss, was ich irgendwie jetzt da erlebt habe. Ich versuche euch jetzt, da gerade mal noch schnell, das habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht vorbereitet, weil das ist mir irgendwie nicht so in den Sinn gekommen, so dass das jemand wissen will. Äh, also, was haben wir da? Da haben wir Tether-Version, da kann ich die vielleicht sogar jetzt gerade noch kurzfristig da reinnehmen, damit man die sieht. Ja, wahnsinnig schön ist es jetzt nicht gemacht, aber bitteschön. Also, da habt ihr einfach mal ein paar Tour-Daten, das sind die ersten paar, es hat auf stefanbusser.ch slash agenda, dann auch noch weitere Termine, wo wir übrigens auch, äh, ein Video zeigen auf der Tour, wo ich in Thailand gedreht habe, also ich bin wirklich dort hingegangen, wo Bachelor und Bachelorette gedreht werden, und habe mal versucht herauszufinden, was hat eigentlich die Sendung, äh, mit diesen Leuten dort angerichtet, und da sind teilweise sehr, sehr lustige Sachen rausgekommen. ich lasse euch das mal noch schnell draufklicken, in der Zwischenzeit mal überröhe, äh, und gehe auch da auf meinen, äh, YouTube-Channel, wo ich, äh, freulicherweise sehe, dass auch fast tausend Leute zuschauen, und, ähm, versuche da auch noch, ein paar Fragen mitzunehmen. MacPlayHD, was ist falsch am Thurgauer-Dialekt? Ähm, der Ton, ja. Also, der Manuel sagt, gib mir fünf Gründe, wieso Zürich die beste Hauptstadt wäre, als Bern. Ja, das ist ja nur ein Scherz gewesen, liebe Berner, ist ja alles gut. Behaltet das, behaltet das. Äh, alles, alles in Ordnung. Äh, WC-Papier, Falten, oder Zusammenkrugeln, finde ich, ist eine ganz wichtige Frage. Da bin ich jetzt wirklich froh, ist die auch gestellt worden. Ähm, ich würde sagen Falten, ja. Falten hat, hat mir etwas Künstlerisches. Ja. Nein, da bin ich bei Falten. Welche Stadt findest du am schönsten von der Schweiz? Äh, das ist, ja, das ist jetzt natürlich, ähm, ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, jemand, der in Zürich geboren ist, und in Zürich lebt, sag ich mal so, finde ich Zürich jetzt nicht das Wüsteste. Ja. Also von dem her, Luzern ist die einzige richtige Hauptstadt. Ja, Luzern ist ja wie Zürich, einfach in klein. Und mit Bergen. Ähm, Winterthur sollte einen eigenen Kanton haben. Ja, nein, dann hätte ja der FCZ keine Derbys gehabt. Alles gut, oder? Ähm, FCZ oder IB? Beides nicht. Ähm, Wie findest du Eli? Eli finde ich ganz nett, muss ich sagen. Eli ist ganz nett, äh, hat einen guten Humor, ist meine Show in St. Gallo zu schauen gekommen. Ähm, die Lara schreibt, ist deine Tournee schon ausverkauft? Nein, ist sie noch nicht. Premiere ist, glaube ich, seit zwei Tagen ausverkauft. Versuchen wir, äh, auch nochmal neue Daten jetzt, äh, dazu zu bekommen. Weil, äh, ja, das Kaufleute hat zwar 500 Plätze zu bringen, die sind hier super schnell weg gewesen, was natürlich mega lässig ist, aber wir versuchen dort, nochmal ein paar neue Plätze zu kriegen. So, ich nehme euch das mal wieder weg, damit ihr da nicht einfach immer das gleiche vor dem, äh, Gesicht habt. Ähm, Wie lange bist du schon mit deiner Freundin zusammen? Das dürfte jetzt etwa drei Jahre sein. Ähm, ja, da muss man immer Frauen fragen, fürs genaue Datum. Aber, dürfte da um die drei Jahre sein, und es werden noch ganz viele. Wie findest du den Vasco? Wie findest du den Vasco? Ja, ist der Vasco. Ähm, gut. Neuwegs, gerade Tickets gekauft. Danke vielmal, dann freue ich mich, dich zu sehen. Dann, äh, Bist du schon mal gehackt worden? Nein, glaub nicht, aber das muss jetzt nicht zwingend eine Aufforderung sein. Ja, also, müsst ihr es unbedingt probieren, ist auch okay, wenn nicht. Ähm, Bersa oder Real? Pfff, ich schaue beiden wahnsinnig gerne beim Shoot dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. So, in Madrid bin ich einmal gewesen, in Barcelona etwa fünfmal, also von dem her finde ich die Stadt Barcelona ein bisschen schöner. aber, ähm, da, ja, die Frage musste auch noch kommen. Noah, kannst du Bauerledig Sucht Best Off machen? Nein! Nein! Aus dem einen der zeitlichen Grund nicht, weil es einfach wirklich zeitlich enormer, enormer Aufwand ist. Zum anderen aber auch nicht, weil es gibt einen relativ grossen Unterschied zwischen Bachelor und Bachelorette und einem Bauerledig Sucht Best Off. Weil, äh, ich finde, dass die, die bei Bachelor und Bachelorette mitmachen, die suchen ja die Öffentlichkeit. Also, die wissen, da gibt es die Best Off. Und, äh, willst du mir jetzt nicht sagen, dass die Selin mitgemacht hat, weil sie ihre gute Persönlichkeit hat überbringen wollte. Sondern, das sind wirklich Leute, die aktiv irgendwie versuchen, dort auch teilweise auch etwas blöd rüberzukommen, wie eine Nicole zum Beispiel, die auch wirklich für nichts schar gewesen ist. Und, solche Leute habe ich auch keine Mühe zu verarschen. Bei Bauerledig Sucht hat es aber wirklich total nette Leute drunter. Das sind wirklich teilweise arme Bauern, die nicht wissen, wie sie sonst, weil die müssen ja die ganze Zeit auf ihrem Hof sein, sollen jemanden kennenlernen und die muss ich dann nicht unbedingt verarschen, ja. Ähm, Sollen wir von Instagram, das ist gerade hierher, auch noch schnell 1-2 Sachen nehmen. Äh, vielleicht, wenn ihr jetzt auf Instagram noch 1-2 Fragen habt, dann könnt ihr die gerne noch schnell stehen. Ich sehe, die sind hauptsächlich miteinander beschäftigt, also von dem her. Mit wem redest du wieder? Auf deine Medikamente? Nämlich Schatz. Alles gut? Mit dem PC. Mhm, genau. Ja, das ist glaube ich ein guter Moment zum weitermachen. Ähm, ich würde mal sagen, das ist es gewesen von den Fragen, für und mit euch. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, warum genau mache ich das Ganze? Das ist ja nicht einfach so, sondern... Ich habe es so wollen, Gott hat es so wollen und ihr habt es so wollen. Genau. Damit das auch mal wieder gesagt ist. Also, äh, äh, ich freue mich unheimlich, äh, wenn ihr weiterhin Best Offs schaut. Ihr wisst, es ist eine Final Season von The Bachelorette. Und, äh, ich habe es am Anfang angetönt gehabt, wir haben heute Abend ja leider jetzt schon während knapp 25 Minuten keine Bachelorette schauen können. Und es ist schade, ich habe aber euch eine kleine Sendung zusammengeschnitten jetzt zum Schluss von diesem Video, wo, ja, wie soll ich sagen, äh, ich einfach Material genommen habe, das ich sonst noch nicht gebraucht habe für Best Offs. Und ich habe aus diesem eine ganz eigene Sendung gemacht, die Sendung, die niemand gesehen hat. Und die gibt es jetzt zum Abschluss. Äh, ich danke euch vielmal für die Fragen, die ihr geschickt habt, dass ihr heute Abend geschaut habt. Und, äh, ich freue mich, wenn wir hoffentlich bald wieder mal ein Q&A oder Frage und Antwort miteinander machen. Äh, hebt euch Sorge und aufeinander mal jetzt viel Spass mit dieser Sendung, die bis jetzt noch niemand gesehen hat. Bis zum nächsten Mal.